So was ist ja nicht jeden Tag, sag ich jetzt einfach mal. Für euch vielleicht schon, aber für uns nicht natürlich. Und auch schon was besonderes. Ich baue hier erstmal alles zu. Ich habe schon wieder zwei Ideen wie es hier weiter gehen kann. Einmal hier lang. Ich will hier natürlich noch einen Stockwerk draufsetzen. So ist es nicht. Muss ich hier wahrscheinlich nicht. Weil auf der anderen Seite ist nix mehr viel Platz. Das sieht man ja. Hier ist der ganze Berg und auf der anderen Seite wäre zwar auch möglich gewesen, aber ich würde da oben nicht mehr so viel bauen, damit es ordentlich aussieht. Dann wieder vergessen, was ich hier eigentlich machen wollte. Die Decke sieht eigentlich auch schon gefüllt aus. Ja, da fehlt nix mehr. Ähm, was Holz da reicht? Das ist die andere Frage. Muss ich mal schauen. Könnte knapp werden. Okay. So. 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 zu wenig, weil hier geht es natürlich wieder weiter. Das konnte ich zu dem Zeitpunkt auch noch nicht wissen. Aber jetzt weiß ich es natürlich. Ich würde sagen, ich werde hier auch erstmal nicht weitermachen. Ich merke mir das hier vor, dass es hier weitergeht. Weil jetzt kommt erstmal die Mine dran, bevor ich hier weitermache und noch irgendwas vergesse, kommt erstmal das mit der Kiste und mit der Mine und dem Lager dran. Den Zacker brauche ich natürlich noch. Was meinst du, wann werden wir mal komplett in den Stop einlegen? Okay, ja, ich möchte eigentlich alles nochmal eins nach rechts verlegen. Wenn wir das so machen. Meins? Was meinst du, wann sollen wir mal komplett aufhören mit der Aufnahme? Dann werden wir mal Lust haben, denke ich. Also vielleicht so in einer halben Stunde, wenn du Lust hast oder eine Viertelstunde. Wir haben jetzt fast fünf Stunden aufgenommen. Also zumindest läuft meine so. Das ist schon wirklich verdammt viel. Aber das geht. Kann man halt jede Woche so machen. Jede Woche haben wir eine komplette Woche zwei halben Stunden Videos. Je nachdem, wie wir halt Lust haben, ne? Um ehrlich zu sein, wenn wir jetzt weitergehend so fünf Stunden immer aufnehmen und wir jeden Tag nur so 15 Minuten raushauen, dann habe ich kein Problem, wenn ich Anfang der Sommerferien in NRW im Urlaub fahre. Weil die trotzdem weiter veröffentlicht werden? Mhm, weil ich fahre da wieder drei Wochen nach durchs Insel Fehmann. Ja, und da kann ich eben halt nichts hochladen. Da habe ich kein Internet. Also schlechtes mobiles Internet. Du kannst ja da versuchen, was hochzuladen. Nur wie im Internet. Edge oder 3G oder so. Du kannst LTE. Ähm, momentan habe ich nur 3G+. So, H+. Okay. Ja, ich hatte mit dem Windows Phone. 3,5G, stimmt so rum. Mit dem Windows Phone hatte ich damals auch immer 3G. Äh, beziehungsweise H+. Das war immer H+. 3,5. Und das war eigentlich voll in... Das war immer voll in Ordnung. Und, aber... Ganz ehrlich, ähm, LTE ist schon eine ganze Ecke besser, weil da hat man bis zu, ich sag jetzt mal, 100 Mbits oder mehr. Mhm. Einfach nur unterwegs. Das ist halt schon vollwertiges Internet. Vor allen Dingen, bei meiner Oma, äh, meine Tante hat zwar so sch... so absolut rund ein schlechtes Internet, aber die sind, äh, die wohnen in ein Haus, wo eine Metallfirma direkt nebenan ist und bei denen sitzt oben auf diesem, äh, Turm einfach mal die Antenne von der, äh, Telekom und da hat, um die Autobahn zu bestrahlen und meine Oma bekommt das ab. Also, die bekommen das da im Haus auch ab und dort haben wir mal so 60, äh, K. LTE. Alles klar. Das coole an LTE ist ja teilweise, dass du auch nicht nur, äh, dasselbe als Download-Speed hast, sondern auch als Upload-Speed. Das heißt, du kannst überall, wo du auch bist, kannst du auch, ähm, Videos, ähm, die du erstellt hast, direkt hochladen, ne? Mhm. Mein Tarif hat aber nur 250 Megabyte. In der Woche. Das ist natürlich. Nicht blöd. In der Woche. 250 Megabyte in der Woche, das ist schon viel. Ich hab, ähm, irgendeinen Studenten-Tarif mit, äh, 4 Gigabyte, glaub ich. Bei wem? Das geht eigentlich. Bei O2. Mhm. Oh, hier bin ich schon eins zu weit gegangen. Mhm. Hier bin ich zu weit gegangen. Egal, hat keiner gesehen. Ähm. Doch, die komplette Aufnahme. Ist nicht weiter schlimm. Ich glaub, ich müsste mal so, äh, Aufnahmepause einlegen. Ja, ja, mach das am besten. Ich mach jetzt noch, ähm, eine Folge für heute. Dann bin ich wirklich fertig für heute. Das ist... Ja, die eine Folge, die werde ich ja noch mitmachen. Auf jeden Fall. Ja. Das vielleicht ist auch... Das kann man ja mal machen, Nigga, ne? Alles. Sieht hier nicht ganz so übel aus. Machen wir hier nochmal. Kann man... Machen, muss man nicht machen. Kann man aber machen. Mach's jetzt einfach mal. Kann man wieder weg machen, wenn's... Wenn's einem nicht gefällt. Wie war'n das hier? Ist das auf der anderen Seite auch so und so? Oh ja. Oh, guck mal. Da ist die Witch Bitch. Genau, ich hab mich einfach mal hingesetzt. Okay. Wo ist die Witch? Da hab' ich grad voll erschrocken. Wo ist die Witch? Da hab' ich grad voll erschrocken. Wo ist die Witch? Hier hinten. Mit dem Plugin mit dem Hintern ist übelst verwirrend, ne? Ja. Wie hast du gesagt? Auf die Kiste geklickt. Also ich darf nicht essen, wenn ich auf die... Ich bin schon seit... Dann drückt das. Auf die... Auf die Dings. Auf die... Dann drückt. Dann gib das ein. Ah, okay. Gut, auf jeden Fall. Werde ich da drauf achten. Ich glaub, die ist hier irgendwo unterirdisch oder so. Ist ja nicht so schlimm. Solang die sich nicht wie so'n wilder durchfrisst oder so. Ist es in Ordnung? Oder keine Ahnung wie... Wie Wither sind oder so irgendwas. Machen die hier kaputt oder so. Die machen nichts kaputt. Ich? Hexen doch nicht. Ne, Hexen nicht, aber Wither. Das haben Wither und Hexen gemeinsam. Keine Ahnung, aber ich... Solang die Hexen sowas nicht macht. Nö. Huch. Die Kiste ist aber voll. Die Kiste ist echt voll. Voll wie ich. Richtig rotzevoll. Ja, das vielleicht auch. Also ist extrem verwirrend mit diesen... Crafting Tables. Wie die bei dir stehen. Alles ist bei mir besser gelöst. Bis auf die eine hier vorne, die du gesetzt hast. So, das mach ich hier auch mal weg. Ich glaub... Danach muss ich echt ne Pause machen. Sonst hab ich's echt auch übertrieben. Kann man nicht machen, so übertreiben. Ich glaub... Ich setz hier noch ein paar Fackeln damit... Ähm... Irgendwieche... Das... Vorne... Wo setz ich denn am besten die Fackel? Ich glaub... Warte mal... Äh... Wirklich schade, dass das irgendwie mit dem Stream nicht so klappt. Ja, das muss man halt vorbereiten. Ich... Ich hatte's eigentlich vorbereitet gehabt. Da hat auch alles wunderbar funktioniert. Ja, da musste ich weg. Äh... Hab mein PC im Standby gefahren. Ja... Jetzt, als ich wieder kam... Und ihr jetzt schon so ne Scheiße auf dem Server getrieben habt... Ja, das Ding ist... Das... Das Ding ist... Wenn das... Dann nicht funktioniert, musst du glaub ich neu starten. Oh shit, die Hexe ist da. Die Hexe ist da. Ich glaub ich hätte das schon vorher... Aufhören sollen. Die bewirft dich nur. Kannst du mir vielleicht irgendwie helfen, dass ich nicht vergiftet werde? Oder die kaputt machen, die Hexe? Ich hab nicht so ein gutes Schwert. Bitte hilf mir. Hilf sie mir. Hilfe. Was? Ich brauche Hilfe. Kann... Kann ich mir bei dir ein Diaschwert machen? Bitte helfen sie mir. Kann ich mir bei dir ein Diaschwert machen? Moment, was? Kann ich mir bei dir ein Diaschwert machen? Ich habe 6 Diamanten. Ich weiß wie viel ich habe. Ja klar, aber ähm... Nein. Äh... Ja, die Crafting Table kannst du benutzen, aber die Hexe ist schon weg. Ich meine ich... Hast du's ja schon weg gemacht? Ja. Gut. Wegen dem Diaschwert, das hätte ich dir natürlich wieder gegeben. Hä? Hä? Diese Augen... Diese Augen büben nicht. Was haben wir denn hier für Kioma? Planes, Forest Hills, Planes, 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 Planes... Nein. Ich wohne... Ich wohne in Planes und Forest Hills... Ich wohne in Planes und Forest Hills... zugleich. So, ich glaube ich ähm... Lass das mal für heute, weil jetzt ist hier alles ausgeleuchtet, hier ist alles in Ordnung, mach mal. Da unten ist ein Block falsch. Und sind mehrere Blöcke falsch. Zeig mal... Kurz siehst du das? Zum Beispiel... Hier haben wir einen komplett anderen Block. Jaja, ich weiß. Dann hier haben wir zwei komplett andere Blöcke hier unten. Das ist alles noch... Warte, du hast eigentlich recht. Ich mach's lieber jetzt mal weg, bevor ich das hinterher vergesse. Weil bei meinem Texture Pack sieht das alles relativ gleich aus. Ja, hier die Wand sieht noch gleich aus. Die ist noch. Und hier ist noch... Bisschen so... ...was hier im F3 gucken. Wow! Oh, warte mal!